Mein Name ist Ruth Schuler, ich bin seit 2005 bei der Stephan-Maus-Stiftung. Ich arbeite im Bereich der Spenderbetreuung und informiere Spender, wenn es zu einer Übereinstimmung mit deren Gewebemerkmalen und denen eines Leukämie-Patienten kommt. Ich laufe in meiner Freizeit für mich, um die Gedanken zu sortieren. Als nächstes plane ich, bei einem Spendenlauf mitzuhelfen. Das ist ein Lauf von Lars Kegler. Er möchte im Rahmen von diesem Lauf einen neuen Weltrekord aufstellen, im längsten Dauermarsch auf dem Laufband in Feuerwehrausrüstung. Ich unterstütze Lars Kegler, indem ich auf dem zweiten Laufband ihn ein Stück begleiten werde. Das zweite Laufband, das ist die ganze Zeit über von verschiedenen Läufern besetzt. Die kommen aus der Feuerwehr, vom Rettungsdienst, von der Polizei und von Hilfsorganisationen. Auf dem zweiten Laufband werden Kilometer gesammelt. Für jeden Kilometer, der gesammelt wird, gehen Spendengelder an Wünschebus Ludwigshafen. Ich laufe und unterstütze ihn im Namen der Stephan-Maus-Stiftung. Wenn auch ihr helfen wollt und den ersten Schritt machen wollt, dann lasst auch euch registrieren für die Stephan-Maus-Stiftung. Das ist ganz einfach. Man geht einfach auf die Homepage der Stephan-Maus-Stiftung. Dort kann man Online-Spender werden, bekommt die Unterlagen nach Hause zugeschickt. Und dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, um in die Datei der Stephan-Maus-Stiftung zu kommen. www.stephan-maus-stiftung.de Eine Speichelprobe genügt. www.stephan-maus-stiftung.de